Hallo liebe Läuferin! Zu dieser Jahreszeit kommst du vielleicht auch dazu, dass du dich manchmal fragst, was ziehe ich denn an, es ist so kalt? Die Sequentials Brushed Long Tide ist gerade an kalten und trockenen Lauftagen die richtige Wahl. Denn sie verfügt über die Climber Warm Technologie von Adidas und sorgt dafür, dass du immer warm gehalten wirst. Die Beinabschlüsse sowie der untere Rücken und partielle Bereiche sind sehr weich gehalten, was extrem angenehm ist und auch Scheuerstellen vermeiden kann. Und auch das Innere der Tide ist mit wärmendem Vlies gefüttert. Da wir natürlich auch bei kalten Wetter ins Schwitzen geraten, ist es sehr wichtig, dass die Hose auch atmungsaktiv ist. Das ist bei dieser Long Tide der Fall. Dank des Form-Motion-Schnitts passt sich die Hose ideal deiner Laufbewegung an und ermöglicht dir auch genügend Bewegungsfreiheit. Links und rechts findest du jeweils eine abgedeckte Einschubtasche. Kleine reflektorische Details führen zu ein bisschen mehr Sicherheit, wenn du abends laufen gehst. Die Reißverschlüsse an den Beinenden helfen dir, nach dem Laufen schneller aus der Hose rauszukommen. Die Sequentials Brushed Long Tide von Adidas ist genau dann die richtige Wahl, wenn du auch im kalten Winter warm und gemütlich deine Runden drehen willst. Du bekommst diese tolle Laufhose in deiner Runners Point Filiale, kannst sie aber auch gleich online bestellen unter www.runnerspoint.com.